Die Gesundheitsverschwörung. Es gibt überhaupt keinen Platz für das ganzheitliche Konzept von Bewusstsein, Körper und Geist. Es gibt gar keinen Platz für das Konzept der gesundheitlichen Bildung, Verhaltensumstellung, Veränderung der Lebensweise und der Risikoverminderung. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Yes, Alter, wir sind mal wieder da. Neue Reaction am Start. Und zwar heißt das Video die Gesundheitsverschwörung. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Liebe euch Freunde, Daumen nach oben da lassen, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, ab geht der Pit, alles go. Ein wenig nachgeforscht und man wird feststellen, dass Krebs, heutzutage einen von drei Amerikanern umbringend, eins der größten Gaunereien der Medizingeschichte ist. Krebserregende Stoffe werden absichtlich in dein Wasser, deiner Limonade... Ist das nicht sogar in Deutschland auch so mittlerweile? Das ist ein Drittel an Krebs erkrankt. Hatten dann behandeltes Essen getan und Pestizide auf Feldfrüchte versprüht. Die für die Behandlung von Krebs verwendeten Bestrahlungs- und Chemotherapien bewirken selten etwas und verursachen eine Vielzahl zusätzlicher gesundheitlicher Probleme für die Erkrankten, während sie diese noch finanziell ausbluten. Die Spendengelder und Wohlfahrtsorganisationen, welche angeblich dafür bestimmt sind, die Krebsepidemie zu bekämpfen und ein Heilmittel zu finden, verschlimmern in Wirklichkeit das Problem und verbreiten Lügen. Das Problem in der ganzen Medizingeschichte ist ja auch, dass gar nicht mehr richtig an die Wurzel gegangen wird. Es werden ja immer nur Symptome bekämpft. Das sehe ich auf jeden Fall so. Für alles gibt es Tabletten, für alles gibt es irgendein Medikament, was du nehmen kannst. Aber mal zu gucken, wo das eigentlich herkommt, weil die meisten Krankheiten kommen eigentlich von innen. Was geht psychisch bei dir ab? Was geht in deinem Körper ab? Wie krass betätigst du dich sportlich? Wie glücklich bist du im Leben? Wie viel Stress hast du? Wie viele Dinge tust du, die du tun möchtest? Wie viele Dinge fühlst du dich gezwungen dazu zu tun und hast eigentlich gar keinen richtigen Spaß daran? Das sind alles Faktoren, glaube ich. Ernährung, Alter. Wie ernährst du dich? Was ziehst du dir jeden Tag rein? Das sind alles Dinge, die einen Rieseneffekt auf deine Gesundheit haben können, meiner Meinung nach. Da wird gar nicht mehr richtig angegriffen. Das wird gar nicht mehr richtig beigebracht. Wie man ganzheitlich einfach ein gesunder, hoch schwingender Mensch ist. Sondern mach dir keine Sorgen, mach einfach lebt, wie du möchtest. Und wenn du irgendwas bekommst, gibt es schon irgendeine Tablette für dich. Die Akte Rockefeller. Gelder der Bankiersfamilie Rockefeller werden dazu verwendet, um die natürliche Krankheitsvorsorge durch Vitamine und gesundes Essen schlecht zu machen und den Konsum von Medikamenten zu fördern. Medikamente werden hauptsächlich aus Steinkohlen-Teer-Derivaten hergestellt. Und abgesehen davon, dass die Familie im Ölgeschäft ist, investiert sie seit Jahrzehnten stark in die riesige Pharmaindustrie. Eine schnelle Suche im Internet wird dich zu dem seit langer Zeit bekannten, stark unterdrückten Heilmittel für Krebs führen. Alle Krebsarten gedeihen in saurer Umgebung. Und keine Art von Krebs kann in basischer Umgebung überleben. Durch eine gesunde, biologische, basische Ernährung, also Früchte, Gemüse, alkalisiertes Wasser und so weiter, das Einschränken von saurem Essen, wie Fleisch, Eier, Milchprodukte, Nüsse und der Hebung des pH-Werts des Körpers über sieben, kann der Krebs also nicht eintreten. Und bestehender Krebs kann sich nicht ausbreiten. So, das hat Dr. Sebi auch schon gepredigt. Nötig zu erwähnen, dass das meiste Essen im Supermarktregal bekannte krebserregende Stoffe und eine Fülle anderer für den Körper und Geist schädlicher Stoffe enthalten. Das ist alles Schrott, Bro. Also wie, wie, ja, es gibt halt, es ist, es ist halt, aber es ist immer möglich, sich auch gesund zu ernähren. Man muss halt selbst bewusst sein. Da kommen wir wieder zum Thema Bewusstsein. Man muss bewusst konsumieren auf allen Bereichen, in allen Ebenen so. Man muss dir bewusst sein, was du jeden Tag konsumierst. Und wenn du da anfängst, dir mehr Gedanken drüber zu machen, ist es für jeden easy möglich, sich auch gesund zu ernähren. Aber wenn man sich einfach nicht damit beschäftigt und nicht bewusst ist, dann konsumiert man einfach, was alle konsumieren, und das ist halt meistens schlecht leider. Und dies vorsätzlich. Heutzutage ist es wichtig, darauf zu achten, welches Essen, Getränke und Medikamente du in deinen Körper lässt. Es gibt einen gezielten Plan, dich krank, unfruchtbar und rund um die Uhr unter Medikamenten zu halten. Das ist halt schon ein bisschen eine harte Aussage hier von dem Cousin. Also der ist schon tief drin in der Recherche, wenn ich das so nennen darf, an der Stelle. Dass alles so bewusst, also alles extra gemacht wird und man vergiftet wird mit jedem Lebensmittel und so, weiß ich nicht, Digga. Das ist für mich dann immer so, man gibt die Macht dann ab an jemand anderen. Ich glaube, für jeden Menschen heutzutage ist es möglich, auf jeden Fall sich gesund zu ernähren und ein gesunder Mensch zu sein. Es liegt in deiner eigenen Macht. Du kriegst es zwar nicht wirklich beigebracht und auch wie das funktioniert nicht, aber du kannst es machen. Dazu Dr. Len Horowitz auf einer Lesung zu DNA Pirates of the Sacred Spiral. Alles wird unter Verschluss gehalten. Der Giftgehalt der Arzneimittel. Du erfährst nicht die Wahrheit über Impfungen und über viele Medikamente. Äh, ja. Die pharmazeutische Industrie, bei der ich es vorziehe, sie das militärisch-medizinisch-petrochemisch-pharmazeutische Kartell zu nennen, übt die wesentliche Kontrolle über die Mainstream-Medien aus, hat so die Kontrolle über die Gedankenwelt der Masse und als eine Folge dieser Macht, welche sie geltend macht, werden die Leute nicht tatsächlich informiert, welche bewussten Entscheidungen sie treffen sollen, sondern erhalten stattdessen Propaganda und als eine Folge davon sind ihre Entscheidungen ein Genozid. Und ich sage den Begriff Genozid in einer strengen Auslegung. Das massenhafte Töten von Menschen aus wirtschaftlichen, politischen und oder ideologischen Gründen. Und diese pharmazeutische Industrie ist im Verborgenen mit jenen Leuten verknüpft, deren Anliegen es ist, die Bevölkerung zu kontrollieren. Sie veröffentlichten sogar ihre Absichten. Zitat Ende. Es gibt eine organisierte freimaurerische Medizinversicherungsmafia. Welche Todesangst? Was? Eine organisierte freimaurerische... Eine organisierte freimaurerische... Medizinversicherungsmafia. Medizinversicherungsmafia. Also es hört sich erstmal crazy an so. Also man denkt so, okay, der Typ ist mies in der Recherche drin. Aber in großen Teilen hat er schon recht, Digga. Aber ich finde, ja, gehören wir erstmal weiter. Welche Todesangst verbreitet, dich verdummt, dir all dein Geld nimmt und dich langsam umbringend. Das hört sich halt voll hart an, aber ich sag dir ehrlich, also ich würde es nicht so ausdrücken wie er, weil ich finde, das ist dann... Das gibt den Leuten dann halt voll das Futter so, ne? Also wenn du genau mit diesen Begriffen freimaurerische, bla bla bla, Verschwörung, Illuminati und so um dich wirfst, dann gibt es den Leuten halt so die Möglichkeit, dich schnell so, ja, in diese Ecke reinzudrücken, sag ich mal in Anführungszeichen, was mir eigentlich auch scheißegal ist. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, aber ich gebe ihnen da schon recht. Also... Ich bin mir sicher, dass die Pharmaindustrie vor allen Dingen dafür sorgen möchte, dass Menschen immer in so einem Status zwischen nicht wirklich gesund, aber auch nicht tot, sondern irgendwo zwischendrin gehalten werden sollen, damit sie halt immer Tabletten konsumieren. Und genauso auch mit diesem Bewusstseinslevel. So Menschen sollen sich nicht ihrer selbst bewusst werden. Sollen sie nicht, weil dann realisieren sie, was für eine Macht sie haben und dann realisieren sie, was sie eigentlich machen können und was eigentlich möglich ist und wie Menschen eigentlich wirklich funktionieren. Nein, die sollen mit Unterhaltung, mit Nachrichten und mit diesen ganzen Sachen immer schön in diesem Status gehalten werden, dass sie immer dem folgen, was die uns eintrichtern. Damit wir immer schön irgendwas jagen und Materialismus und diese ganzen Sachen, aber nie an den Punkt kommen, dass wir versuchen, uns selbst zu realisieren und wirklich ein freier Mensch zu sein. Die Macht über die Medien und das Bildungssystem wird den Menschen in den Industrienationen erzählt, dass Medikamente, Operationen, Impfungen, Chemobehandlungen und Bestrahlungen die einzigen medizinischen Möglichkeiten wären, die es für die Menschen gibt, wenn sie krank sind. Pillen behandeln jedoch lediglich Symptome, während sie die Leber überlasten und mehr Probleme, verharmlosend als Nebenwirkung bekannt, schaffen. Operationen sind gefährlich, Komplikationen sind üblich und das Autoimmunsystem des Körpers leidet immer beträchtlich, wenn man aufgeschnitten und zusammengenäht wird. Impfstoffe sind voll mit Quecksilber, Formaldehyd und anderen hochgiftigen Konservierungsstoffen. Bestrahlung verändert und tötet Zellen und bringt oft den Patienten um. Und die Chemo, auch bekannt als giftige Chemikalien, die dein Haar ausfallen lassen, ist nicht die beste Alternative. Das Verrückteste ist, wenn ihre barbarischen Methoden bei dem Versuch, irgendetwas zu heilen, scheitern, eröffnen die Mediziner einem mit ernstem Gesicht, es tut mir leid, es gibt nichts mehr, was ich für sie tun kann. Ja, deswegen, also ich glaube, es sind immer mehr Menschen, auch gerade die dann irgendwie, ich kann mich halt nicht in eine Lage reinversetzen von jemandem, der zum Beispiel Krebs hat. So, ne, was dann, was, was, was ich dann tun würde oder was ich dem raten würde und so, schwierig, weißt du. Aber ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die automatisch schon auf den Trichter kommen, sich alternativ medizintechnisch mal was anzuschauen und das erstmal zu probieren auf jeden Fall. Und es hat ja auch schon sehr viele Studien und Beweise dafür gegeben, dass auch Krebs mit anderen Methoden geheilt werden kann. So, und deswegen, ich glaube schon, dass es Alternativen gibt, hundertprozentig, aber, ja, ich will mir nicht anmaßen, jemandem, der Krebs hat, zu sagen, hey, Bro, mach das und dies, mach so und so. Jeder muss da für sich die Entscheidung treffen. Aber ich persönlich zum Beispiel, ich werde nie Krebs bekommen, weil ich halt einfach viel zu bewusst bin und weil ich keine krebsfördernden Lebensmittel konsumiere. und deswegen bin ich mir da sehr, sehr sicher, wenn jetzt einer aus meiner Familie das hätte zum Beispiel, auf den ich auch noch einen Einfluss haben kann, dann würde ich auf jeden Fall Ernährung umstellen, Sport machen, Vibes verändern, vielleicht in ein anderes Land mit mehr Sonne und diese ganzen Sachen. Also das würde ich auf jeden Fall als erstes tun, weil ich glaube, dass Krebs auch eine Ansammlung von negativer Energie am Ende des Tages ist, so, ne? Durch Konsum, durch sein eigenes Leben, durch den Stressfaktor, den er in seinem Leben hat, so, durch diese ganzen Dinge, so. Und ich glaube, dass du diese Ansammlung von negativen Energien mit positiven, guten Energien wieder verdrängen kannst, so. Weißt du, hört sich jetzt sehr spirituell und sehr humbugmäßig an, aber ich glaube da wirklich dran. Und geben dem Patienten das Todesurteil. Nochmal Dr. Len Horowitz, der Impfbetrug in der Radiosendung Coast to Coast EM. In medizinischen Hochschulen, zahnmedizinischen Hochschulen und diesen anderen beruflichen Ausbildungsorganisationen und Einrichtungen findet ein Schikane statt. Es ist eine Umerziehung der schlimmsten Sorte. Diese Assistenzärzte werden drei Nächte in Folge wachgehalten. Was kann man in einer solch belastenden Lage tun? Was man tun kann, ist, viele Fehler zu machen und empfänglich zu sein. Leon, dein Format bringt uns weiter und verstehe nicht, warum du keine 5K-Zuschauer hast. Die Menschen wollen nicht weitergebracht werden. Sie wollen unten gehalten werden, leider. Für Bewusstseinskontrolle, regelrechte Hypnose. Man besteht mit keinerlei Aufklärung über Ernährung. Man besteht mit keinerlei Wissen über ganzheitliche und natürliche Heilung. Und man ist letztendlich ein gedankenmanipulierter Sklave der pharmazeutischen Industrie. Und in dieser Lage ist alles, was man tun kann, einfach das gängige Konzept anzuwenden, das Heilung aus chemischen Behandlungsmethoden und der Verabreichung von Giften besteht. Es gibt überhaupt keinen Platz für das ganzheitliche Konzept von Bewusstsein, Körper und Geist. Es gibt gar keinen Platz für das Konzept der gesundheitlichen Bildung, Verhaltensumstellung, Veränderung der Lebensweise und der Risikoverminderung. Man schließt nun die medizinische Ausbildung ab, nimmt eine ärztliche Tätigkeit auf, man hat rund 250.000 bis 500.000 US-Dollar Rechnungen und Darlehen am Hals, man hat keine Zeit für die Menschen. Alles, was man hat, ist ein Verschreibungsblock und eine Ausbildung, welche auf dem ganzen Schwindel beruht. Die schreckliche Wahrheit ist, dass viele dieser unsere Welt plagenden Krankheiten absichtlich erschaffen und verbreitet wurden und ihre Behandlungen sie nicht heilen oder gesundheitsfördernd sind. Sie verbergen einfach Symptome, zerstören weiter das Immunsystem des Patienten und verwandeln ihn in einen lebenslang Abhängigen der Pharmaindustrie. Viele Krankheiten wie ADHS sind von sogenannten Experten glatt aus dem Nichts erfunden, um mehr Medikamente zu verkaufen. True. Das ist true. John Rappaport schrieb in AIDS GmbH, Skandal des Jahrhunderts, Zitat, Lasst mich ein weiteres Beispiel einer erfundenen Krankheit nennen, Hepatitis. Es ist wahr. In Wirklichkeit leiden die Menschen unter Lebertoxizität. Das ist es, was Hepatitis tatsächlich ist. Die Keime, die angeblich Hepatitis verursachen, sind wirklich nur unwichtige Anhängsel, wenn überhaupt. Es gibt hunderte von Ursachen, warum ein Mensch eine überlastete und vergiftete Leber haben kann, wie Drogen aller Art, einschließlich Medikamente, verunreinigte Wasserversorgung, Einatmung von Uran, Staub und so weiter. Wir hören doch tatsächlich etwas über Uran-bedingte Hepatitis. Ein begrifflicher Widerspruch Sondergleichen. Wenn Uran dazu beiträgt, dass die Leber versagt, dann liegt es daran. Und das Wort Hepatitis... Das ist krass. Das ist eine krasse Aussage, habe ich aber auch schon sehr oft gehört. Haben wir uns ja sogar mal auch diese eine Dokumentation reingezogen, wo das auch kurz Thema war. Da hat Will Smith sogar im Interview gesagt, dass das bewusst gestreut wird und solche Geschichten. Also da gibt es auch in Amerika viele Leute, die darüber reden und sagen, ey, diese Krankheit ist gar nicht die Krankheit, wie wir sie denken. Weißt du? Überhaupt nicht. Crazy. Also es sind oft hier, also es sind hier teilweise Dinge, wo ich nicht richtig sagen kann, ey, ja, nein, keine Ahnung, habe ich mich selbst noch nicht richtig mit auseinander gesetzt. Deswegen immer die Anregung für die Leute, beschäftigt euch selbst mit den Themen, recherchiert selber, wenn ihr möchtet, so ich übernehme für nichts, Gewehr, was wir uns hier reinziehen. Immer schön selbst informieren, sein eigenes Bild machen und ja, nicht einfach blind irgendjemandem vertrauen. Mir nicht, dem Video nicht und keiner, keine Ahnung, Pharma-Propaganda auch nicht. Ende. Benjamin Rush, das war George Washingtons Leibarzt und ein Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, schrieb folgendes. Falls wir nicht die medizinische Freiheit in der Verfassung unterbringen, wird es eine Zeit geben, in der sich Medizin in eine verdeckte Diktatur verwandeln wird. Die Kunst des Heilens auf eine Klasse von Menschen zu begrenzen und der anderen gleiche Rechte zu verweigern. Bro, that's true. Das ist true. Sage ich dir so, wie es ist. Das ist true. Und das haben wir auch schon oft gesehen. Wir haben uns ja auch mal dieses Interview reingezogen von diesem einen Ethikausschussarzt, der auch gesagt hat, dass es nur noch wirtschaftliche Interessen gibt in der Medizin und dass gar nicht mehr das Heilen im Vordergrund steht. Das Heilen von Menschen. So, und das ist doch, das ist sehr, sehr traurig. ...einen Kerker der medizinischen Wissenschaft erzeugen. All diese Gesetze sind unamerikanisch und willkürlich und haben in einer Republik keinen Platz. Die Verfassung der Vereinigten Staaten sollte ein besonderes Recht auf medizinische Freiheit wie auch auf religiöse Freiheit beinhalten. Zitat Ende. Kevin Trudeaus Buch Naturheilmittel, von denen du nichts wissen sollst, ist ein empfehlenswertes Werk. Trudeau ist ein gelernter Journalist und sammelt medizinische Berichte und Angaben und veröffentlicht die preiswerten, wirksamen Naturheilmittel, die von Kräuterärzten im fernen Osten und im Altertum verwendet wurden. Er zeigt auf, wie pharmazeutische Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes Sekrete von afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Stammesvölkern stehlen, aus Pflanzen die Chemikalien herausziehen, dann die Pillen patentieren und den Preis um 4000 Prozent erhöhen. So, so, also allein Pflanzenheilkunde, du kannst mit Pflanzen schon so viel tun, ne? Es gibt da, es gibt da Leute, Botaniker und Leute, wie er gesagt hat, in Afrika oder auch hier in Südamerika, Mexiko, gibt's Leute, die wissen gegen jede Krankheit, welche Pflanze hilft, welche Pflanze du wie konsumieren musst, wo drauf schmieren musst und ja, Digga, Pharma-Leute kommen da hin, nehmen das Wissen, machen das zu Tabletten und dann verkaufen die den Laden. Das ist schon krass. Während wiederum im selben Gebiet alternative Heilmethoden verhindert werden. Thomas Jefferson, dritter amerikanischer Präsident, sagte, wenn die Menschen die Regierung entscheiden lassen, welches Essen sie essen und welche Medizin sie nehmen, dann werden ihre Körper bald in einem so bemitleidenswerten Zustand sein, wie die Seelen jener, die unter einer Willkürherrschaft leben. Krass. Was hat der dritte amerikanische Präsident gesagt? Crazy, das muss man nochmal hören hier. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Krass, Digga, das ist Facts. Und genauso auch die Informationen, die sie konsumieren. Wenn du das in dein Gehirn reinlässt, dann bist du auch irgendwann Gehirn frittiert. Also du musst dich selbst um dich selbst kümmern. Keine Regierung, kein Staat, keiner von diesen Apparaten hat im Interesse, dass es dir gut geht. Das musst du einfach realisieren und dann musst du realisieren, dass du für dich selbst verantwortlich bist und dich selbst um dich kümmern musst und um deine Familie. Da wird keiner kommen, der dir dabei hilft. Am Ende des Tages bist du auf dich selbst gestellt. Einer kümmert sich um dich. Nicht wirklich. Die geben uns Tools und Sachen, wo wir uns das Gefühl haben, so ja, Digga, ich bin sicher und jemand kümmert sich um mich und diese ganzen Sachen. Aber es ist eigentlich nicht so. Das Rockefeller-Institut für medizinische Forschung wurde 1902 in New York gegründet und hat bis 1908 Damals konnte der Präsident noch frei reden 65 Millionen US-Dollar an Stiftungsgeldern von John D. Rockefeller erhalten. Das sind viele Millionen Dollar mehr, als die US-Regierung für die medizinische Forschung bereitgestellt hat. Dieser Trend der privaten Finanzierung hält bis zum heutigen Tag an. David Icke schrieb in Die geheime Geschichte von Amerika Tut die Rockefeller-kontrollierte amerikanische medizinische Vereinigung AMA alles, was sie kann, um sicherzustellen, dass Ärzte die Wahrheit über das Thema Gesundheit wissen und um die größtmögliche Sicherheit des Patienten zu gewährleisten? Nein. Lasst uns einmal diese Tatsachen betrachten. Kräuter gab es schon immer. Sie wachsen in der Natur und wurden seit Jahrhunderten für die Heilung verwendet. Medikamente sind künstlich hergestellte Chemikalien, zu stark überhöhten Preisen verkauft von den großen Pharmaunternehmen. Ärzte erhalten in ihren insgesamt vier bis sechs Jahren Ausbildung weniger als drei Stunden Anleitung hinsichtlich Ernährung, richtiges Essen und Vorsorgemedizin. Louis Pasteur sagte kurz vor seinem Tod, dass er mit seiner Keimtheorie möglicherweise falsch lag. Er tat kund, dass Keime und Viren die Folge der Krankheit sein könnten, anstatt deren Ursache. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass der Körper aufgrund von giftigen Ansammlungen überlastet ist, dann zwangsläufig Bakterien und Viren auftreten, um die Gifte zu reinigen, einen Überfluss von diesen im System schaffend und ein stark toxisches Abfallnebenprodukt hinterlassend, bei dessen Ausscheidung der Körper dann Schwierigkeiten hat. Daher ist das Auftreten des Virus oder eine erhöhte Bakterienzahlen eine Folge der Krankheit und nicht die Ursache. Einige sehr wichtige Dinge, welche einem bei der Erörterung dieser Möglichkeit klar sein sollten, sind 1. Ein Mensch braucht nicht mit einem anderen Kontakt zu haben, um eine Erkältung zu kriegen. Menschen in kleinen Gemeinschaften mit keinem Kontakt zur Außenwelt können Erkältungen und Krankheiten kriegen. Gesunde Menschen können sexuellen Kontakt und Austausch von Körperflüssigkeiten mit HIV-positiven Menschen haben und nicht infiziert werden. Diese Tatsachen betrachtend wird die Keimtheorie der Erkrankung weiter entkräftet. Wenn diese Information der Wahrheit entspricht, dann würde die Verwendung von Rezepten und pharmazeutischen Drogen nur dazu dienen, die Symptome der Beschwerden zu kaschieren und langsam das Immunsystem zu zerstören, da diese Medikamente hochgiftig sind. Das meiste Arzt der medizinischen Verschwörung würde den Rahmen dieses Buches sprengen, sollte jedoch bei deinen eigenen Nachforschungen nicht außen vor bleiben. Um informiert zu sein und für deine eigene Sicherheit und Gesundheit, suche bitte im Internet oder woanders nach... Guck mal hier, Wetterkontrolle. Ha, das ist ja krass. Welt am Sonntag, Meinung, 8. August 1976. Wollen wir England mal wieder ein bisschen Nebel spendieren? Knopf gedrückt, Trockenheit in England. Boom. Trockenheit in Westeuropa. Hitzewelle in der Arktis. Schnee in der Sahara. Erdbeben kontrollieren. Oha, Digga, guck mal. Vom 1976 eine Karikatur. Krass, Digga. Das ist heftig. War das wirklich in der Zeitung? In der deutschen Zeitung? Welt? Die Chemtrails, die ich hier gesehen habe vorgestern, die waren real auf jeden Fall. Absatzkontrolle. Harp, MK-Ultra, Monarch, Montauk, Sterilisationsprogramme. Harp, MK-Ultra, Monarch, OH. Aids existiert nicht. Der Bruder ist mies in der Recherche drin. Ebola gibt es nicht. SARS, Antrax und Autismus, Monsanto, gentechnisch veränderte Organismen, Glutamat und Terminator-Technologie. Der haut die Sachen einfach mal ganz trocken raus. Ich küsse dein Herz. Also crazy auf jeden Fall. Ja, es ist halt, ich glaube, ja. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi.